Was habt ihr denn schon von der Wasserknappheit auf Mallorca gehört? Gerade zum ersten Mal. Also noch gar nicht. Keine Berichterstattung oder in den Hotels irgendwelche Hinweise, dass man ein bisschen mit dem Wasser haushalten soll? Gar nicht. Nee, da stand gar nichts. Gar nichts in den Hotels, nee. Haben Sie davon schon was gehört? Haben Sie eventuell Bilder von den Stauseen gesehen oder wie gehen Sie damit um? Gar nichts. Keine Info bezüglich der Wasserknappheit. Ich nehme mal an, Sie verbringen Ihren Urlaub hier auf der Insel? Ja. Für einige Wochen, ja. Und war Ihnen jetzt auch nicht bewusst über Berichte im Fernsehen, dass es hier so wenig geregnet hat, dass wir einen ziemlich strahlenden Winter im wahrsten Sinne des Wortes hatten und dadurch eben auch keine Regenfälle? Nein. Das waren Sie nicht bewusst. Dieses Jahr noch nicht, aber in früheren Jahren schon, ja. Im Sommer, aber auch wenn es in den Sommer reingeht. Und in Fernsehberichten oder im Hotel, ich weiß jetzt nicht, oder seid ihr in der Ferienwohnung? Aber kein Hinweis von der Vermieterin? Nein. Nein, in dem Hotel war ein Hinweis mit den Handtüchern, der übliche, dass man einfach Wasser spart. Und möglichst die Handtücher nicht nach einem Mal direkt in die Wäsche gibt. Wann war das? Auch vor Jahren, das kann ich Ihnen gar nicht mehr sagen, aber es war nicht einfach. Aber mit Wasser habe ich sowieso, passe ich mehr auf, das auszugeben. Das kostet ja Geld, auch in Deutschland. Und habt ihr auch schon Fotos gesehen von den Stauseen, wie der im Moment der aktuelle Stand so ist? Wir sind vorbeigefahren. Also ich würde mal sagen, ein Drittel gefüllt. Wenn überhaupt. Das wird also ziemlich schwierig, denke ich mal, diesen Sommer für Mallorca. Und habt ihr eure Angewohnheiten denn auch dementsprechend geändert? Achtet ihr mehr aufs Wasser? Verbraucht ihr weniger Wasser? Ja, also anders als zu Hause ist Duschen hier Wasser an, kurz einseifen und kurz abspülen und nicht 10 Minuten lang duschen oder sowas. Also das machen wir schon. Weil das Wasser ist nämlich mal das Gold der Erde. Und das weiß keiner zu schätzen. Auch bei uns hat letztes Jahr fast nichts geregnet. Auch in Deutschland war so. Allerdings auch noch nicht so normale Sparmaßnahmen wie Einsätze in Wasserhähnen oder in der Dusche, wo man so eine ganze Menge schon mit sparen kann. Das wissen wir von zu Hause. Das könnte man hier auch mehr, da ist noch Potenzial. Gleiche gilt für Energie, also Energiesparlampen, LED-Lampen und solche Geschichten könnte man hier noch mehr machen. Ein bisschen Sonnenenergie.